Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. CD Wissen präsentiert Allgemeinbildung, Philosophie, Mythologie und Literatur. Gelesen von Marina Köhler und Michael Schwarzmeier. Philosophie Die Vorsokratiker Als Begründer der abendländischen Philosophie gilt Thales von Milit. Er lebte im 6. Jahrhundert vor Christus in Griechenland, war als Kaufmann viel gereist und beschäftigte sich vor allem mit Astronomie und Mathematik. Thales suchte natürliche Erklärungen für die Welt und ihre Phänomene. Das war neu. Denn zuvor gingen die Menschen davon aus, dass alles, ihr eigenes Schicksal, sowie das der Natur und Geschichte, von Göttern gelenkt wurde. Nach Thales war der Mensch selbst für sein Leben verantwortlich und nicht von höheren Mächten abhängig. Auch die Natur war nicht göttlichen Launen unterworfen. Vielmehr lagen ihr Gesetze zugrunde, die man herausfinden, verstehen und nutzen konnte. Dabei ging Thales vom Wasser als dem Urstoff allen Lebens aus. Anaximandros und Anaximenes waren ebenfalls Verfechter der Urstofftheorie, nach der alles entsteht und vergeht. Naturerscheinungen versuchten sie logisch zu begründen. So auch die Veränderungen am Sternenhimmel. Anaximandros dachte, dass ursprünglich ein Feuerkreis die Erde umgeben habe. Dieser sei irgendwann zersprungen und kreise nun funken sprühend um die Erde herum. Dies ist aus heutiger Sicht eine naive Erklärung. Doch allein der Entwurf von möglichen Naturgesetzen stellte zu Aximandros Zeiten einen großen Fortschritt im Denken der Menschheit dar. Alle drei, Thales, Anaximandros und Anaximenes, werden aufgrund ihrer ersten naturgesetzlichen Theorien als Naturphilosophen bezeichnet. Die Gesetze der Logik faszinierten auch den Mathematiker Pythagoras. Er glaubte, dass in den Zahlen das Geheimnis der Welt verborgen lag. In den numerischen Prinzipien, wie gerade, ungerade oder begrenzt, unbegrenzt, sah Pythagoras auch die Eigenschaften der Dinge und des gesamten Kosmos. Dabei hatte die Zehn einen ganz besonderen Stellenwert. Sie stand für die göttliche Einheit. Pythagoras versuchte mit seiner Lehre orientalische Mystik und rationales Denken zu versöhnen. Seine Anhänger schlossen sich zu einer Art religiösem Bund zusammen, den Pythagorean. Sie suchten ihr Heil in einer asketischen Lebensweise, welche die unsterbliche Seele des Menschen Gott nahe bringen sollte. Nicht nur in Milet, auch in Elea begann man, sich philosophische Fragen zu stellen. Hier lebte der Liedermacher und Denker Xenophanes. Er gründete die Schule der Iliaten. Sein Leitgedanke war, das Eine ist Alles. Jedes Ding ist göttlich und die Gesamtheit aller Dinge bildet eine vollkommene Einheit, das göttliche Ganze. Deshalb könne es auch nicht verschiedene Götter geben, wovon man zu seiner Zeit noch ausging. Der Zorn oder das Wohlwollen der Götter konnten auch nicht der Grund für natürliche Phänomene wie Unwetter, Sonnenfinsternis oder Krankheiten sein. Ebenfalls wichtige Denker in Elea waren Parmenides, Zenon und Melissos. Sie alle betonten die Einheit und Ewigkeit der Natur und allen Seins. Jede Vielfalt, jedes Werden und Vergehen wurde von ihnen bestritten. Heraklit, der ca. 540 v. Chr. in Kleinasien geboren wurde, war da anderer Überzeugung. Alles fließt, nichts besteht. Ob Lebewesen oder Ding, alles verändert sich stetig, ist in Bewegung und setzt sich immer wieder unterschiedlich zusammen. Sein Ausspruch, wir können nicht zweimal in denselben Fluss steigen, sollte dies verdeutlichen. Beim zweiten Mal steigt man in neues Wasser, das inzwischen herangeströmt ist, und auch man selbst ist in der Zwischenzeit gealtert, also nicht mehr derselbe. Dennoch glaubte auch Heraklit daran, dass diese Veränderungen nach einem für alle gültigen Gesetz stattfinden. Es ist erstaunlich, dass wir heute von den Vorsokratikern so viel wissen. Denn von diesen frühen Philosophen sind keine Schriftstücke mehr erhalten. Entweder haben sie nichts niedergeschrieben, oder ihre Werke sind im Laufe der Jahrtausende verloren gegangen. Was wir wissen, verdanken wir neben den damaligen Geschichtsschreibern vor allem den Philosophen, die ein wenig später lebten. Denn diese erläuterten zunächst einmal die Standpunkte ihrer Vorgänger, um sie dann mit ihren eigenen Erkenntnissen zu widerlegen. Sokrates, Platon und Aristoteles Sokrates zählt zu den einflussreichsten Gestalten der Philosophie überhaupt. Geboren wurde er 470 v. Chr. in Athen, wo er 400 v. Chr. zum Tode durch den Schierlingsbecher verurteilt wurde. In seinen ärmlichen Kleidern entsprach er so gar nicht dem typischen Bild eines bedeutenden Denkers. Statt in Schulen zu unterrichten, bewegte er sich täglich auf den Straßen und Plätzen seiner Stadt und verwickelte fremde Menschen in ein Gespräch. Diese Unterhaltungen hatten immer dasselbe Schema. Sokrates stellte Fragen, der andere antwortete. So lange, bis das Gegenüber zugeben musste, keine Antwort mehr zu kennen. Das war es, worauf Sokrates hinaus wollte. »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, war einer seiner berühmtesten Aussprüche. Sokrates hinterließ keine schriftlichen Werke. Alles, was man heute von ihm weiß, geht auf Rückschlüsse zurück, die man aus den Werken der ihm folgenden Denker wie Platon und Aristoteles ziehen kann. Das Interesse des Sokrates galt in erster Linie dem einzelnen Menschen. Von seinem Scheinwissen befreit und über die wahre Tugend belehrt, würde er sich selbst prüfen und schließlich Einsicht in das tugendhafte Denken und Handeln gewinnen. »Erkenne dich selbst«, lautete deshalb Sokrates' Botschaft an seine Mitmenschen. Sokrates' Denken lebte weiter in den Dialogen seines Schülers Platon, der ebenfalls in Athen geboren wurde. Platon gründete die erste Universität Europas, die Akademie. Besonders der ideale Staat und dessen Führung bestimmten seine Überlegungen. Der einzelne Mensch bestand für ihn aus drei Komponenten, Begierde, Wille und Vernunft, wobei die Vernunft immer die Herrschaft haben musste. Auch der Staat und seine Aufgaben waren dreigeteilt. In Ernährung sowie Erwerb als Grundlage, die Verteidigung nach außen und schließlich die Leitung durch die Vernunft. Damit die besten Köpfe die Herrschaft über einen Staat erlangen konnten, musste man sie herausfiltern, wobei allen Kindern die gleichen Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen sollten. Irgendwann würden dann die Philosophenkönige Macht und Weisheit auf sich vereinen. Obwohl Platons Theorien auf geistigen Idealen aufbauten, wurde ausgerechnet sein berühmtester Schüler zu einem strengen Wissenschaftler. Nachdem Aristoteles 20 Jahre lang bei ihm gelernt hatte, entwickelte er sich zum größten Gegenspieler Platons. Die Physik, die Theorie der veränderlichen Einzeldinge, spielte bei seinem Verständnis der Natur eine entscheidende Rolle. Aber auch über das Naturwissen hinaus machte sich Aristoteles in seinen sogenannten metaphysischen Schriften Gedanken. Anders als später der christliche Glaube sah er Gott nicht als Schöpfer der Welt, sondern als unabhängiges geistiges Bewegungsprinzip, das dem ewigen Zyklus der Natur zugrunde lag. Bei diesen Überlegungen half ihm die Logik, die Lehre vom richtigen Denken, von der richtigen Form und Methode des Denkens, die er als eigenständige Wissenschaft begründete. Die Logik zeigt nicht, was man denken sollte, sondern vielmehr, wie man denken muss, um zu den richtigen Ergebnissen zu kommen. Und das vollzieht sich in mehreren, immer gleichen Schritten. Zunächst müssen die Begriffe geklärt werden. Dies geschieht, indem man sie definiert. Die Definition bekommt man, wenn man den Gegenstand einordnet in übereinstimmende und nicht übereinstimmende Merkmale im Vergleich zu anderen bekannten Gegenständen. Außerdem kann man den Gegenstand mit Hilfe verschiedener Kategorien, etwa Menge, Beschaffenheit, Ort oder Wirkung, einordnen. Schließlich bildet man Urteile, indem man zutreffende Begriffe miteinander verknüpft. Verbindet man dann die einzelnen Urteile, gelangt man zu einem Schluss. Ein solcher Schluss könnte beispielsweise so aussehen. Aristoteles ist ein Mensch. Alle Menschen sind sterblich. Also ist auch Aristoteles sterblich. Aus solchen Schlüssen lassen sich schließlich Beweise gewinnen, also Erkenntnisse über die wahre Natur eines Gegenstandes. Bemerkenswertes Platons Ideenlehre Das Höhlengleichnis In den göttlichen Ideen sah Platon das wahre Maß für jedes Denken und Handeln. Doch alles, was die Sinne des Menschen wahrnehmen, sei nur ein verzerrtes Abbild der wahren ursprünglichen Idee. An sie gelte es, sich zurückzuerinnern. Am besten veranschaulicht wird diese Theorie durch Platons berühmtes Höhlengleichnis. In einer unterirdischen Höhle sitzen Menschen seit ihrer Kindheit gefesselt mit dem Blick zur Wand. Den Eingang, der über ihnen liegt, können sie nicht sehen, aber ein Feuer, das draußen brennt, spendet ihnen Licht. Zwischen dem Eingang und dem Feuer verläuft ein Weg. Die Menschen, die dort vorbeigehen und die Gefäße, die sie tragen, werfen wunderliche Schatten auf die Höhlenwand, die die Gefesselten sehen können. So ähnlich nehmen die Menschen laut Platon die Wirklichkeit wahr. Die Sinne erkennen lediglich Schatten. Die Ideen, die hinter diesen Eindrücken liegen, erfassen nur diejenigen, die sich von den Fesseln lösen und, denkend, den Blick erheben können. Hellenismus Das Zeitalter, in dem sich die griechische Kultur weit über die Grenzen Griechenlands hinaus bis tief in den Orient hinein verbreitete, wird Hellenismus genannt. Es begann um 320 v. Chr. und ging mit der Zeitenwende zu Ende. Zentren des geistigen Lebens dieser Epoche waren vor allem Athen und Alexandria. Aber auch in Rom hatten griechische Bildung und Philosophie einen hohen Stellenwert. Hier knüpfte man in erster Linie an Sokrates und Platon an, denn was die Römer zu dieser Zeit am meisten beschäftigte, war die Entwicklung ihres Rechtssystems und eines möglichst vollkommenen Staates. Die philosophischen Überlegungen kreisten um die sittliche Einzelperson und ihre Einordnung in Staat und Gesellschaft. Die bedeutendste Gruppe des Hellenismus waren die sogenannten Stoiker. Zu ihren größten Vertretern gehören Seneca, Epiktet und der Kaiser Marc Aurel. Schon als Kind hatte sich der Kaiser der stoischen Philosophie verschrieben, deren Tugenden, allen voran Mut und Pflichtbewusstsein, sowohl im privaten Bereich als auch als Staatsmann, versuchte er so gut wie möglich in die Praxis umzusetzen. Die Theorie der Stoiker basierte auf den drei Grundelementen Logik, Physik und Ethik, wobei Logik und Physik die Vorstufen zur Ethik darstellten. Einen Gott im religiösen Sinne gab es für sie nicht. Vielmehr war in ihren Augen die Natur, das ewig herrschende göttliche Gesetz selbst. Der Mensch hat durch seine Vernunft an dieser göttlichen Weltordnung teil. So kann er gut von böse unterscheiden und seine Affekte, seine Begierden im Zaum halten. Darin bestand das Ideal, die höchste Tugend der Stoiker, nur das zu tun, was die Vernunft gebietet. Alles andere, was einem Menschen im Laufe seines Lebens dagegen widerfährt, Verlust, Armut, Krankheit, aber auch Besitz und Erfolg galt es, stoisch zu ertragen. Wer das erkannt hat, lebt völlig leidenschaftslos und ist nach Ansicht der Stoiker glückselig und weise. In Bezug auf das gesellschaftliche Zusammenleben forderten die Stoiker absolute Gerechtigkeit und Nächstenliebe, wobei Ehe und Familie wichtige Bestandteile des Staates waren. Auch Sklaven, in der römischen Gesellschaft Rechtlose, sollten ihrer Meinung nach dieselben Rechte bekommen wie jeder andere Römer auch. Mit ihren Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit bereiteten die Stoiker dem Christentum den geistigen Boden, selbst wenn gerade Kaiser Mark Aurel das Christentum stark bekämpfte. Neben den Stoikern bildeten die Skeptiker eine wichtige Strömung der hellenistischen Philosophie. Charakteristisch für ihre Denkweise war der generelle Zweifel an allem. Das war vor allem darin begründet, dass in dieser Zeit so viele verschiedene philosophische Theorien miteinander wetteiferten. Für die Skeptiker war deshalb die Enthaltung vom Urteil eine der wichtigsten Voraussetzungen, inneren Frieden und Seelenruhe zu erlangen. Zur gleichen Zeit waren die Epikureer, die auf den lebensfrohen Philosophen-Epikur zurückgehen, der Auffassung, das Ziel eines jeden Menschen müsse die Glückseligkeit sein. Die erreiche man nur, indem man alles, was man nicht mag, vermeidet und sich stattdessen dem widmet, was Lust bereitet. Die eigene Vernunft sollte das Handeln dabei leiten, um Zügellosigkeit zu vermeiden. Denn die wahre Glückseligkeit war nach Meinung der Epikureer nur mit ausgeglichener innerer Ruhe möglich. Eine weitere Denkrichtung entwickelten die Eklektiker wie Cicero aus Rom. Sie prüften die verschiedenen philosophischen Theorien ihrer Zeit und zogen daraus das jeweils passende für sich heraus. Daher stammt auch der Name dieser Gruppierung, denn Eklektiker bedeutet wörtlich übersetzt Auswähler. Die Neuplatoniker machten gegen Ende der Antike einen letzten Versuch, ein umfassendes philosophisches Denksystem durchzusetzen. Sie schlossen sich eng an die Lehren Platons an. Doch sie entwickelten diese auch weiter. Die Neuplatoniker gingen davon aus, dass alles stufenweise aus einem einzigen göttlichen Urgrund abgeleitet werden kann, in den es auch irgendwann wieder zurückkehren wird. Diese mystische Auffassung findet sich heute noch in der indischen Philosophie wieder, die von einem Kastensystem ausgeht, durch das man sich Stufe für Stufe in mehreren Leben hocharbeiten muss. Mittelalter und Christentum Die mittelalterliche Philosophie war eng verbunden mit dem christlichen Glauben, der sich ab dem ersten Jahrhundert nach Christus zu verbreiten begann. Seit dem vierten Jahrhundert gehörte die christliche Religion, ebenso wie das römische Recht und die griechische Bildung, zu den Kernelementen der mittelalterlichen Kultur und war somit eine der Grundlagen philosophischer Betrachtung in dieser Zeit. Die Gelehrten verschmolzen den Glauben mit den Ideen der antiken Philosophie und zwar in zwei aufeinander folgenden Perioden, der Paristik und der Scholastik. Die Paristik reichte von der apostolischen Zeit nach dem Tod Christi bis zum 9. Jahrhundert. Sie ging von einem Gott als dem allmächtigen Schöpfer aus, der die Welt aus dem Nichts geschaffen habe. Die Menschen lebten von Natur aus in Sünde und konnten nur durch die Gnade Gottes erlöst werden. Diese Erlösung mussten sie sich allerdings durch ein Leben in Demut und Nächstenliebe verdienen. Das individuelle Streben des Menschen wurde einer bedingungslosen Gottesfurcht untergeordnet. Einer der wichtigsten Vertreter des Erlösungsdenkens war Augustinus. Er wurde 354 n. Chr. in Nordafrika geboren und fand, nachdem er sich verschiedenen Lehren angeschlossen und diese wieder verworfen hatte, schließlich zum Christentum. In seinen Werken befasste er sich hauptsächlich damit, Irrlehren zu bekämpfen und die Seele des Menschen zu ergründen. Die Krisen seiner Jugend hat er in den Bekenntnissen niedergeschrieben, eine der ersten Autobiografien der Weltliteratur. Der Ursprung aller Gewissheit war für Augustinus das Denken selbst. Indem der Mensch zweifelt, weiß er, dass er denkt. Ich denke, also bin ich. Ein Satz, der später auch für Descartes das Fundament aller weiteren Überlegungen bildete. Allerdings war in Augustinus' Augen dieser sich selbstbewusste Mensch ein Nichts gegen den allmächtigen Gott. Nur durch dessen Erleuchtung komme die Wahrheit in das menschliche Erkennen. Großen Stellenwert maß er deshalb auch der Kirche bei. Ihr Ziel sei der Gottesstaat, der die zum Heilberufenen in sich versammle. Die göttliche Offenbarung weist jetzt einen geradlinigen Weg im Gegensatz zum kreisförmigen, naturhaften Denken der Antike. Geschichte wird nun zur Heilsgeschichte. Der christliche Glaube, auf dem alle philosophischen Gedanken aufbauten, sollte auch dem einfachen Volk verständlich gemacht werden. Diese Aufgabe übernahmen die Scholastiker. Ihre Vertreter wollten die allgemeinen Glaubenssätze mithilfe der Vernunft begründen und Einwände widerlegen. Dafür gebrauchte man die feststehende Methode des Pro und Contra. Dabei kam es zu großen Auseinandersetzungen, wie dem sogenannten Universalienstreit über die Frage nach dem Allgemeinen, dem Universalen. Während die eine These lautete, dass es ein großes Ganzes gibt, das dem Einzelnen übergeordnet ist, war die Gegenseite überzeugt, dass es nur das Einzelne wirklich gibt und das Universale lediglich im abstrakten Denken existiert. Einen ersten Kompromiss entwickelte Petrus Abelard. Er meinte, das Universale sei in den einzelnen Dingen enthalten. Man könne nicht das Universale vor das Einzelne stellen oder umgekehrt. Ihren Höhepunkt erreichte die Scholastik zur Zeit der Kreuzzüge 1096 bis 1270, in der der christliche Glaube auf den Islamischen und Jüdischen traf. Ziel war es nun, Altes und Neues Wissen zu sammeln und in einer Enzyklopädie zusammenzufassen. Albertus Magnus und Thomas von Aquin gehörten zu den bedeutenden Vertretern dieser Epoche. Letzterem war es wichtig, Glaube und Wissen voneinander abzugrenzen und das philosophische Denken in den Dienst der Religion zu stellen. Thomas von Aquin war überzeugt, die Existenz Gottes durch vernünftiges Nachdenken beweisen zu können. Sein Werk widmete sich besonders intensiv dem Sammeln und Ordnen des Wissens. Dem entgegen steht die Mystik des Meister Eckart, der den Menschen durch Hingabe und Versenkung zu einer persönlichen Vereinigung mit Gott leiten will. Mit der Spätscholastik ging die mittelalterliche Philosophie schließlich ihrem Ende entgegen. Kennzeichnend für diese Zeit ist die scharfe Kritik an ihren Vorgängern, beispielsweise durch Roger Bacon. Man forderte eine größere Bedeutung von Grammatik, Logik und Mathematik als Grundlagen aller weiteren Überlegungen. Die Erkenntnisse sollten vor allem auf der Beobachtung und Erforschung der Natur fußen. Damit wurde der Grundstein für die moderne Naturwissenschaft gelegt. Bemerkenswertes Die Heiden Auf dem Land, jenseits der kulturellen Zentren, breitete sich das Christentum erst relativ spät aus. Die Landbevölkerung nannte man auch Heidebewohner. Daher waren die Nichtchristen im späteren Sprachgebrauch Heiden. Renaissance Der Dominanz der mittelalterlichen Kirche, auch im alltäglichen Leben jedes einzelnen Menschen, trat die Renaissance mit revolutionären neuen Denkansätzen entgegen. Renaissance bedeutet Wiedergeburt. Der Mensch sollte neu geboren werden und individuelle Freiheit erlangen aus der Kraft der Wissenschaft und dem ursprünglichen Geist der Antike. Auch die politischen Theorien jener Zeit forderten eine Neuordnung des Staates. Kirche und Staat sollten klar getrennt sein. Säkularisierung, Verwältlichung nennt man dieses Phänomen, das heute für uns selbstverständlich ist. Als erster moderner Denker überhaupt setzte sich Nikolaus von Kuhs vom Mittelalter ab. Gegenüber der scholastischen Methode, die von bloßen Begriffen ausging, setzte von Kuhs auf konkrete Erkenntnisse. Schließlich war es sein Ziel, den unbegreiflichen Gott zu beweisen. Alle Unterschiede und Gegensätze fielen für ihn in der Unendlichkeit Gottes zusammen. Das Universum spiegelte sich dabei in jedem einzelnen Denken verschieden wider. So sei jeder Mensch einzigartig. Fast hundert Jahre später formulierte Giordano Bruno, Gott sei gleichbedeutend mit der Unendlichkeit der Natur. Damit steht Gott nicht außerhalb der Welt, sondern wirkt in jedem einzelnen Teil in ihr fort. Dies steht im Gegensatz zu einem einmaligen Schöpfungsakt, wie ihn der christliche Glaube propagiert. Um das Wohl des einzelnen Menschen waren vor allem die Humanisten bemüht. Als bedeutendster europäischer Humanist gilt der holländische Theologe und Philologe Erasmus von Rotterdam. Im Streit um die Willensfreiheit des Menschen mit Martin Luther hält Erasmus den Menschen für selbstständig genug, sein Leben nach einem Ideal zu gestalten. Der Mensch ist nicht mehr abhängig von der Gnade Gottes. Martin Luther konzentriert seine Kritik auf die Kirche. Er stellt sich gegen die Praxis des Ablasshandels, den Freikauf von Sünden und die Kirche als einzige Interpretin eines rechtmäßigen Glaubens. Der Glaube lag für ihn allein im Wort Gottes, dem sich jeder Mensch eigenständig zu verantworten hätte. Die Folge seiner Überzeugung war die Verbannung aus der katholischen Gemeinschaft und die Gründung einer reformierten Glaubenslehre, des Protestantismus. Die Philosophie im eigentlichen Sinne lehnte Luther allerdings ab und akzeptierte sie nur als Mittel zum Zweck, um die gebildeten Bevölkerungsschichten für den neuen Glauben zu gewinnen. Ein Humanist, der seine Überlegungen auf das Gemeinwohl konzentrierte, war Thomas Morris, der Engländer träumte von einer Idealgesellschaft, die er Utopia nannte. Von Griechisch Autopos gleich nirgendwo. Die Bewohner dieses Staates besäßen alles gemeinsam und würden weder Neid noch Eitelkeit kennen. Niccolo Machiavelli erkannte dagegen die Macht des Staates als eine Notwendigkeit an. Kirche und Religion waren für ihn nur noch bloße Mittel zum Zweck, um ein politisches System zu erhalten. Ruppers Ziel war für ihn eine vernunftbestimmte, gerechte und stabile Staatsform, die es mit allen Mitteln, auch mit Gewalt, zu erringen galt. Nicht auf die Organisation nur einzelner Staaten, sondern auf das geregelte Zusammenleben aller Völker richteten sich die philosophischen Überlegungen des Hugo Grotius. Zur Individualisierung des Menschen in der Renaissance trugen vor allem die Wissenschaftler mit ihrer unbefangenen Naturbeobachtung bei. Bezeichnend ist ihr universaler Erklärungsanspruch. Das große Buch der Natur liegt aufgeschlagen vor uns. Um es lesen zu können, bedürfen wir der Mathematik. Galileo Galilei. Die theologische Glaubenslehre geriet auch hier ins Wanken. Einen systematischen und methodischen Ansatz zur Erforschung der Natur entwickelte Francis Bacon. Mit seinem Diktum Wissen ist Macht wird er zu einem entscheidenden Mitbegründer der modernen Naturwissenschaften. Die Erkenntnis über die Natur sollte in den Dienst des Menschen gestellt werden. Eine rein logische Ableitung genügte ihm dafür nicht. Bacon bestand auf Beobachtung und Experimenten. Außerdem bemühte er sich um den Aufbau einer systematischen Lehre der verschiedenen Wissenschaften und eine angemessene Vermittlung der wissenschaftlichen Forschung. BEMERKENSWERTES Martin Luther und seine Bedeutung für die Philosophie Das Studieren der Philosophen insbesondere Aristoteles sah Luther als reine Zeitverschwendung an. Wenn man Gottes Wort kenne brauche man es auch nicht mit der Vernunft zu hinterfragen. Umso bemerkenswerter dass gerade der Protestantismus und dessen geforderte Eigenverantwortung des einzelnen Menschen einen so großen Einfluss auf nachfolgende Denker beispielsweise Immanuel Kant ausübte. Philosophie zur Zeit des Barock Philosophie zur Zeit des Barock Besonders drei große Denker prägten die Philosophie in der Epoche des Barock. Descartes, Spinoza und Leibniz. Bezeichnend ist, dass alle ihre Theorien auf den klaren Vorgaben mathematischer oder geometrischer Systeme aufbauten. So sollte ein unangreifbares Denkgebäude entstehen. René Descartes fand dieses allgemeingültige Fundament in dem Grundsatz Cogito Ergo Sum Ich denke, also bin ich. Dorthin führt der Zweifel, denn wer zweifelt, weiß, dass er denkt. Alles andere kann angezweifelt werden, die Sinneseindrücke oder auch, ob es richtig ist, was man denkt. Doch die Tatsache des Denkens an sich lässt sich nicht anzweifeln. Für Descartes ist also das Selbstbewusstsein des Menschen der sichere Ausgangspunkt allen weiteren Denkens. Danach teilt sich die Welt in zwei Bereiche auf, Körper und Geist. Über den Körper kann man sich prinzipiell täuschen. Über den Geist herrscht absolute Gewissheit. Körper und Geist stehen beziehungslos nebeneinander. Das nennt man Dualismus. Benediktus de Spinoza betrachtete die gesamte Natur als von Gott beseelt. Für dieses Denken von Allheit benutzte er den Begriff Substanz. Sie allein war unbedingt, alles andere bedingt. Das Bedingte nannte Spinoza Modus. Unendlich und aus sich selbst schöpfend stand die Substanz der Welt der endlichen Dinge gegenüber. Doch für Spinoza waren Körper und Geist nicht verschieden, sondern nur zwei Seiten ein und desselben Wesens. Sowohl Gott als auch dem Menschen kamen die Attribute des grenzenlosen Denkens als auch der endlichen materiellen Ausdehnung zu. Das Dualismusproblem löste Spinoza mit der Annahme, dass es zwischen Körper und Geist keine Wechselwirkung gebe, sondern einen parallelen Gleichlauf. Damit konnten die physikalischen Gesetze ungebrochen in der Welt der Erscheinungen regieren und zugleich der göttlichen Ordnung der Natur der Dinge entsprechen. Spinosas Folgerung, der Mensch hat keinen freien Willen, wird Determinismus genannt. Sein Tun ist göttlich bestimmt. In der Beherrschung seiner Affekte und der Einsicht seiner vernünftigen Natur könne er tugendhaft handeln. Das ewig Gute zu finden, bedeutete die ursprüngliche Einheit von Körper und Geist wiederherzustellen. Besonderen Einfluss auf die deutsche Philosophie hatte der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz. Der Kernbegriff seiner Lehre war die metaphysische Vorstellung von der Monade, vom griechischen Monas, Einheit. Eine Monade dachte er sich als absolut einfach, unteilbar, nicht ausgedehnt und ohne Gestalt, so als wenn man die unendliche Substanz Spinosas in unzählige punktförmige Einzelsubstanzen zerlegen würde. Als individuelle Kraftzentren besäßen die Monaden unterschiedliche Grade der Beseelung, von träumend, betäubt, wie in der Natur, über das Bewusstsein des Menschen bis hin zur Allwissenheit Gottes. In hierarchischer Abstufung bildeten sie das harmonische Ganze der Welt und die Grundlagen für die Phänomene, welche die raumzeitlichen Erfahrungen auszeichnen. Dabei spiegelten sie das Universum aus ihrem eigenen Blickwinkel wieder. Das Zusammenwirken ihrer einzelnen Kräfte käme dem gottgewollten Streben nach Vollkommenheit gleich. So wird für Leibniz die reale Welt die beste aller möglichen Welten. Doch wie kann in einer solchen Welt, in der alles aus göttlicher Harmonie entstanden ist, überhaupt das Böse existieren? Leibniz lehnt den Determinismus ab. Der geschaffene Mensch ist ein freies Wesen. Notwendigerweise muss er unvollkommen sein und deshalb auch Fehler und Sünden begehen. Für den Engländer Thomas Hobbes führte diese Freiheit den Menschen nicht zu Gott, sondern zu seinem Egoismus. Bemerkenswertes Das Schicksal des Philosophen Leibniz Leibniz war einer der letzten großen Denker, der alle Wissensgebiete von der Natur bis zur Geisteswissenschaft beherrschte und auch in allen Bereichen Großes leistete. Diese Tatsache wurde von seinen Zeitgenossen allerdings kaum gewürdigt, denn als er starb, wurde er ohne große Aufmerksamkeit beerdigt. Wahrscheinlich wäre auch sein Werk nie so bekannt geworden, wenn Christian Wolf es nicht geordnet und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hätte. Die Aufklärung und Kant Die Philosophie der Aufklärung wendet sich gegen jede Form von Autoritätsgläubigkeit und Traditionsgebundenheit. Ihr Ziel ist das Glück des Individuums und seine persönliche Selbstentfaltung. Der aufgeklärte Mensch kann die Natur voll und ganz erkennen, doch er muss lernen, selbstständig zu denken und sich von seinen Vorurteilen zu befreien. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ruft Immanuel Kant den Menschen zu. Damit erwarte sie ein goldenes Zeitalter der Toleranz, des Friedens und der Harmonie. Der Ursprung dieser breiten geistigen Bewegung liegt in England. Mit John Locke's Two Treaties of Government wurden die Grundlagen der bürgerlichen Demokratie gelegt. Politische Selbstbestimmung, Gewaltenteilung, Meinungs- und Pressefreiheit, Anerkennung naturgegebener Menschenrechte, Glaubensfreiheit und Toleranz gegen Andersdenkende. Locke's Staatstheorie hat die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 1776 entscheidend geprägt. Ihre radikalste Ausprägung hatte die Aufklärung mit der französischen Revolution 1789. Die Aufklärung ist aber vor allem mit einem Namen verbunden, Immanuel Kant. Kant stand zwischen dem Rationalismus und dem Positivismus. Den Rationalisten genügte allein die Vernunft, um sich ein wahres Bild von der Welt zu machen, während die Positivisten, wie zum Beispiel Auguste Comte, nur auf ihre Erfahrung vertrauten. Aus dieser Spannung heraus entwickelte Kant seine drei Kritiken. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Nach Antworten auf diese Fragen suchte er erst einmal in der menschlichen Denkstruktur, in dem Fundament einer gesicherten, reinen Erkenntnis, die aller Erfahrung vorausgeht. Die findet der Verstand nur, wenn er auf sich selbst reflektiert. Dabei stößt er auf die bloßen Formen der Sinnlichkeit, Raum und Zeit und des Verstandes, die Kategorien. Damit lassen sich die Gegenstände wahrnehmen und einordnen. Etwas ist zum Beispiel möglich oder unmöglich, notwendig oder zufällig. Über logische Verknüpfung und Urteilskraft werden dann allgemeingültige Aussagen gebildet. Zum Beispiel, alle Kugeln sind rund. So bleibt der Mensch letztendlich der Gesetzgeber der Natur. Er trägt die Erkenntnisbedingungen mit in die Welt hinein. Auch die Naturgesetze entstammen seiner Vorstellung. Die Erfahrung des Menschen bleibt also immer subjektiv. Der Verstand kann die Erscheinungen der Dinge zwar ordnen, aber dahinter reicht er nicht. Über die Dinge an sich können wir nichts wissen. Ausgehend von seiner Erkenntnistheorie beschäftigte sich Kant damit, wie der Mensch handeln soll. Auch dafür suchte er nach dem höchsten Prinzip in der Vernunft des Menschen. Und das fand er in einem allgemein verbindlichen Grundsatz, dem kategorischen Imperativ. Dieser lautet Dieses Gesetz ließ sich auf jeden Inhalt anwenden und bedeutet, bevor man etwas tut, sollte man sich überlegen, wie es wäre, wenn alle das Gleiche tun würden. Gesetz den Fall, man stiehlt. Was wäre, wenn alle Menschen stehlen würden? Mit der Betrachtung der Urteilskraft rundete Kant seine Kritiken ab. Sie stellte für ihn das Bindeglied zwischen theoretischer und praktischer Vernunft dar. Zentral ist hier die Frage, ob es auch für Gefühle, die wie Denken und Handeln Bestandteil des Menschen sind, einen allgemeingültigen Maßstab gibt. Kants Antwort lautete, dass alle Gefühle Bedürfnissen entspringen. Bedürfnisse wiederum kann man gleichsetzen mit Zweckmäßigkeit. Beispielsweise ist das Bedürfnis nach Essen zweckmäßig, denn das Essen dient dazu, den Hunger zu stillen und so das eigene Leben zu erhalten. Dagegen finden wir gerade dann etwas schön, wenn wir keinen bestimmten Zweck damit verfolgen. Zwar ist unser Geschmack immer subjektiv und gefühlsbetont, doch Kant geht davon aus, dass gerade auch der Verstand eines jeden Menschen mit angesprochen wird, wenn ein formvollendeter, harmonischer Gegenstand auf uns einwirkt. Immanuel Kant hat nicht nur ein sehr umfassendes Denkgebäude erschaffen, er konnte seinen Schülern zufolge auch sehr gut und anschaulich unterrichten. Deshalb könnte man meinen, Kant sei sehr viel herumgekommen in seinem Leben und habe viele verschiedene Eindrücke gesammelt und in seinem Werk verarbeitet. Doch in seinem langen Leben ist er nie aus der Umgebung seines Geburtsortes Königsberg herausgekommen. Dort lebte er nach einem exakt festgelegten Tagesplan. Grund für dieses stete Leben war Vulkans von Geburt an schwacher Gesundheitszustand, den er mit dieser Disziplin bis ins hohe Alter stabil halten konnte. Das 19. Jahrhundert In Deutschland brachte Immanuel Kants Philosophie eine weitere Blüte der Denkkultur hervor. So entwickelte Johann Gottlieb Fichte die Rolle der Vernunft entscheidend weiter. Neben der theoretischen kam ihr jetzt auch eine praktische Dimension zu. Fichte nahm an, dass sich alle Dinge vom Denken herleiten ließen, was man Idealismus nennt. Ein philosophisches System musste vom Ich ausgehen. Damit war die Philosophie eine Wissenschaft vor allen anderen Wissenschaften. Das Ich sah Fichte als formendes, tätiges Wesen. Jedes Ich erschafft, in dem es denkt, sein eigenes Sein. Fichtes Motto lautete deshalb, denke dich selbst. Das bedeutete Freiheit im Handeln. Friedrich Wilhelm Josef von Schelling kritisierte dagegen die Übermacht des Ich. Die Natur sei dem Ich als Fremd gegenübergestellt. Sie werde zum bloßen Material für sein Handeln. Dabei gehe das Ich aus der Natur selber hervor, sowie die Natur wiederum als unbewusste Tätigkeit des Geistes zu verstehen sei. Natur und Geist seien ursprünglich identisch. Schelling sieht die Kunst und nicht die Philosophie als den Höhepunkt der menschlichen Tätigkeit, weil sie Natur und Freiheit wieder vereint. Für Schellings Freund Georg Friedrich Wilhelm Hegel wird das Absolute zum Dreh- und Angelpunkt seines Denkens. Hegel sieht die Geschichte und das Denken selbst aus der Perspektive dieses Absoluten. Seine Philosophie handelt von einer Bewusstwerdung der Weltvernunft durch den menschlichen Geist. Subjektiv verwirklicht sich der Geist im einzelnen Menschen. Objektiv in seinen Gemeinschaftsformen wie im Staat und absolut in der Kunst, Religion und Philosophie. Die berühmteste Auseinandersetzung mit Hegel hat Karl Marx geliefert. Er stellt den Idealismus seines Vorgängers vom Kopf auf die Füße. Nicht die Idee begründet und bewegt die Wirklichkeit, sondern die Materie. Der Mensch und sein Denken sind von seiner Umgebung geprägt. Entscheidend für die Marx'sche Gesellschaftsanalyse sind dabei die Produktionsbedingungen des Industriezeitalters. In seinem ökonomischen Hauptwerk »Das Kapital« 1867 geht er davon aus, dass der Proletarier von seiner Arbeit entfremdet wird. Er ist besitzlos und arbeitet nur noch für einen Tauschwert, das heißt für Geld und nicht mehr direkt für die Güter, die er zum Leben braucht. Das hindert ihn an seiner wahren Bestimmung, der Freiheit. Das Absolute im religiösen Sinne spielte bei Marx keine Rolle mehr. Er sah in der Religion nur das Opium des Volkes, einen Gedanken, den er von dem Materialisten Ludwig Feuerbach übernommen hat. Auch Feuerbach hatte Hegel kritisiert. Der absolute Geist sei nichts weiter als eine verkappte Theologie. Religion war für ihn nur eine Erfindung des Menschen. Gott eine Projektionsfläche seiner Wünsche nach Schutz und Glück. Ein pessimistisches Bild der Welt entwarf Arthur Schopenhauer. Er trennt die sinnlichen Erscheinungen von dem Ding an sich, das er mit dem reinen Willen besetzt. Dieser Wille ist die Kraft hinter allen Erscheinungen. Er drängt den Menschen zum Leben und verschafft ihm Leiden. Denn die ständige Sehnsucht nach der Erfüllung seiner Wünsche kann nur zeitweise befriedigt werden. Der Mensch ist rastlos. Nach einer Befriedigung muss die nächste folgen, sonst bleibt nur Leere. Sein Leben ist wie ein Pendel zwischen Schmerz und Langeweile. Da bleibt nur eine momenthafte Auslöschung des subjektiven Willens durch die Flucht in die Kunst oder die Meditation in der Askese. Als Schüler Schopenhauers entwarf auch Friedrich Nietzsche eine Willensphilosophie. Das Wesen der Welt sah er im Willen zur Macht. Daneben gab es für ihn keinen Platz für eine zweite ideale Welt. Gott ist tot, war Nietzsches Schlussfolgerung. Er versuchte, die in seinen Augen falschen Wertvorstellungen von Moral und Christentum zu zertrümmen und alle bisherigen Werte umzuwerten. Nietzsche beschwor eine Herrenmoral des kriegerischen Übermenschen. Dieser Verlust der tradierten Sinngebung wird auch als Nihilismus bezeichnet. Bemerkenswertes Der Charakter des Arthur Schopenhauer Schopenhauer war kein einfacher Mensch. Zeit seines Lebens kämpfte er mit sich selbst. Sein Verlangen nach Ruhm und Anerkennung stand im krassen Gegensatz zu seiner Menschenverachtung, die er offen zur Schau trug. Gerade auf Frauen war er schlecht zu sprechen. Jahrzehntelang blieben seine Werke unbeachtet, sodass der Verleger Schopenhauers Hauptwerk die Welt als Wille und Vorstellung bereits zu Altpapier verarbeiten wollte. Sigmund Freud Sigmund Freud war kein Philosoph im eigentlichen Sinne. Vielmehr arbeitete er als Neurologe und Psychiater. Seine Theorien über die menschliche Psyche haben die Sicht der Menschen von sich selbst jedoch nachhaltig verändert. Ihre Wirkung ist bis heute ungebrochen. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden die von Körpersäften gesteuerten Gefühle und Leidenschaften noch in der unsterblichen Seele verortet. Waren die Emotionen aus dem Lot, jemand beispielsweise dauernd niedergeschlagen oder aggressiv, brachte man ihn zum Arzt, der seine Körpersäfte wieder regulieren sollte. Später, etwa ab dem 18. Jahrhundert, glaubte man nicht mehr an die Säftelehre. Stattdessen wurde den Gefühlen neben der unsterblichen Seele und dem sterblichen Körper ein eigener Platz im Menschen eingeräumt. Im 19. Jahrhundert schließlich teilte man die Seele in Intellekt und Charakter auf. Der Mensch war also selbst dafür verantwortlich, was er tat und was er dachte. Freuds Studien psychischer Krankheiten führten ihn dagegen zu dem Schluss, dass der Mensch sich selbst nicht vollkommen kontrollieren kann. Auch das beste moralische Gewissen helfe ihm da nicht weiter. Dagegen wird der Mensch, ohne sich darüber bewusst zu sein, von einer psychischen Instanz gelenkt, dem Es- oder Unbewussten. Nach Freud ist dieses Unbewusste der zentrale Bestimmungsgrund unseres Bewusstseins. Damit stellt er einen Großteil der philosophischen Tradition auf den Kopf, die das Bewusstsein zum Ausgang von gesicherter Erkenntnis nimmt. Das Unbewusste ist alles, was der Mensch nicht ertragen kann oder was ihm nicht erlaubt ist. Elterliche Verbote, unerfüllte Wünsche und was das Bewusstsein, das Ich, deshalb abgespalten hat. Das Ich repräsentiert die Rationalität. Alles, was hier keinen Platz findet, wird, so Freud, verdrängt. Nur wenn das Bewusstsein keine Kontrolle mehr ausüben kann, tritt das Es zutage. Beispielsweise bei einem sogenannten Freud'schen Versprecher oder im Schlaf. Dann offenbart es sich im Traum, allerdings in verschlüsselter Form. Damit das Bewusstsein weiß, welche Dinge es abspalten muss, gibt es das Über-Ich. Diese Instanz verkörpert gesellschaftliche Normen, Vorschriften und Ideale, also das, was der Mensch sein soll und selbst gerne wäre. Abgespalten werden vor allem Wünsche, Lüste und Triebe wie der Oedipus-Komplex, die die Gesellschaft nicht gut heißt, beispielsweise hemmungslose Egoismus oder das Herausschreien von Wut. Bei Kleinkindern sind diese ursprünglichen Emotionen und Urtriebe noch zu finden, beim Erwachsenen sind sie dagegen verbannt, nachdem sie mit der Zeit nach und nach unterdrückt worden sind. Gelegentlich kann es vorkommen, dass Impulse nur unvollständig verdrängt werden, wie starke Ängste und Aggressionen, die bei schrecklichen Erlebnissen in der Kindheit entwickelt werden. Die Psyche reagiert mit Ersatzbefriedigungen, die als bestimmte Symptome auftauchen, Angstreaktionen, Zwangsverhalten oder sexuelle Perversionen, von Freud Neurosen genannt. Diese seelischen Verletzungen versucht der Psychoanalytiker zu heilen, indem er in Gesprächen und Traumdeutungen die Botschaften des Ehes entschlüsselt und dem Patienten bewusst macht. Wo Ehes war, soll ich werden. Freuds Wahlspruch zeugt vom rationalen Standpunkt seines Denkens. Letztlich führt der Weg zur individuellen Freiheit und Glückseligkeit wieder über den Verstand. Der Begriff Identität geht auf einen Schülerfreuds zurück. Erik Eriksson ging davon aus, dass sich das eigene Selbstbild durch eine Folge von Krisen aufbaut. Mit dem Eintritt in das Erwachsenenalter wird es selbst infrage gestellt. Der junge Mensch experimentiert nun so lange, bis er seine wahre Identität gefunden hat. Dann hat er seine Psyche mit den Erwartungen der Gesellschaft in Einklang gebracht und seine Rolle in ihr gefunden. Hierbei gibt es natürlich verschiedene Rollen, in die ein und derselbe Mensch immer wieder schlüpfen muss, zum Beispiel als Vater, Angestellter oder Vereinsmitglied. Die Identität der Person bleibt dabei gleich. Ausgangs- und Mittelpunkt aller Existenzphilosophie ist die eigentliche Existenz des einzelnen Menschen. Diese wird jedoch nicht isoliert betrachtet, sondern in Bezug auf seine Umwelt und seine Mitmenschen. In dieser Umgebung muss sich der Mensch erst zu dem machen, was er ist. Dabei ist die Existenz nicht unveränderlich, sondern sie entwickelt sich permanent und ist dabei an Raum und Zeit gebunden. Als Vater der Existenzphilosophie gilt Sören Kierkegaard. Der Däne verspottete die romantische Lebensanschauung als Flucht vor der Wirklichkeit in eine ästhetische Scheinwelt. Auch die idealistische Lehre Hegels wurde Gegenstand seiner Kritik. Kierkegaard ging es um eine Wahrheit je für mich, um den einzelnen Menschen in seiner konkreten Lebenssituation und nicht mehr um den absoluten Geist in der Menschheitsgeschichte. Das Wichtigste im Leben des Menschen ist die Entscheidung. In jedem Augenblick geht es um ein Entweder-oder-seines-Handelns. Egal wie er entscheidet, die Richtigkeit seines Handelns kann er nicht vorausplanen. Die Angst vor der Entscheidung und der Freiheit reiner Möglichkeiten treibt ihn in die Verzweiflung. Doch da hilft ihm der Glaube, den entscheidenden Schritt zu tun. Im gelebten Glauben des Christentums sieht Kierkegaard den Menschen gerettet. Die grundlegendste Auseinandersetzung mit der Existenzweise des Menschen hat Martin Heidegger geleistet. Dabei geht er von der Frage nach dem Sinn des Seins aus. Er kritisiert die philosophische Tradition, weil sie bislang das Besondere der menschlichen Seinsweise unterschlagen habe. In seinem berühmtesten Werk »Sein und Zeit« wird der Mensch nicht mehr primär als erkennendes Subjekt, sondern als sorgende Existenz angesehen. Der Mensch ist nicht einfach so, sondern er ist da, er existiert, indem er versucht, die Dinge um sich herum und sich selbst zu verstehen. Dabei steht er nicht allein, sondern immer in Bezug zu anderen Menschen in einer vorgefertigten Welt. Der Mensch ist in sein Dasein geworfen. Im Gegensatz zu anderem Seienden erschließt nur er sich der Welt in Bezug auf seine Vergangenheit und Zukunft. Darin besteht das Besondere der menschlichen Seinsweise. In der Zeitlichkeit. Die Welt erschließt sich der Mensch dabei immer aus einer Befindlichkeit heraus. Die alles umfassende Befindlichkeit nennt Heidegger Angst. Denn der Mensch, ähnlich wie bei Kierkegaard, ängstigt sich vor der Wahl seiner unbegrenzten Möglichkeiten, die noch nicht sind. Diese Angst vor dem Nichts kennzeichnet seine wahre metaphysische Erfahrung. Doch die Angst wird vom Tod begrenzt. Er ist das entscheidende Kriterium, denn angesichts seiner begrenzten Zeit ist der Mensch zu Entscheidungen gezwungen und schafft sich so konkrete Möglichkeiten des Handelns. Noch radikaler betrachtet Jean-Paul Sartre die Existenz des Menschen. Und zwar nicht mehr in der Spannung von Sein und Zeit, lieber Heidegger, sondern als gegensätzliche Bewegung zwischen dem Sein und dem Nichts. Lettre et le Néant. Im Gegensatz zu Kierkegaard verwirft er den Glauben. Existieren heißt für Sartre, sich aus dem Nichts heraus frei zu entwerfen. Allerdings ist der Mensch zur Freiheit verurteilt. Denn bis zu seinem Tod muss er sich unablässig selbst entwerfen und wählen, ohne Abschluss und ohne, dass sich sein Handeln mit seinen Wünschen jemals deckt. Die Folge dieser Ungewissheit ist die Angst und Verlassenheit. Doch wenn sein Wille dies durchsteht, er selbstständig entscheidet und lernt, dafür Verantwortung zu tragen, kommt der Mensch zu seiner eigentlichen Bestimmung. Dadurch, dass das, was der Einzelne tut, immer auch Auswirkungen auf andere hat, trägt er auch soziale Verantwortung in politischer Hinsicht. Diese Konsequenz äußerte sich in Sartres politischem Engagement für den Marxismus und für den Frieden. Sartres Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« war stark vom Zweiten Weltkrieg beeinflusst, als Frankreich von den Nationalsozialisten besetzt war. Der Krieg hatte den Glauben an die Zivilisation erschüttert und es war unklar, wie es danach überhaupt weitergehen sollte. Aus dieser Spannung heraus entstand der eigentliche Existenzialismus, der in den 50er und 60er Jahren zur Modephilosophie wurde. Popularität erreichte er vor allem durch Sartres schriftstellerische Tätigkeit, durch Romane wie »Der Ekel« oder Theaterstücke wie »Geschlossene Gesellschaft«. Ein weiterer Schriftsteller, der zum Existenzialismus gerechnet wird, ist Albert Camus. In Essays wie »Der Mythos von Sisyphos« oder Romanen wie »Die Pest« sieht sich der Mensch mit einer sinnlosen Welt konfrontiert. Der Mensch revoltiert gegen das Absurde. In der Revolte erfährt er die Möglichkeit der Solidarität im Kampf für ein besseres Dasein. Die Philosophie des 20. Jahrhunderts ist maßgeblich von der Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse und den wachsenden Erkenntnissen der Wissenschaften geprägt. Eine der bekanntesten Gesellschaftsanalysen geht auf Max Horkheimer und Theodor W. Adorno zurück. Wie viele ihrer Vorgänger hegten sie große Zweifel am Fortschritt der Zivilisation. In ihrem Buch »Die Dialektik der Aufklärung« beklagen sie, dass die Aufklärung den menschlichen Geist und die Natur unter die Herrschaft des Verstandes, instrumentelle Vernunft genannt, gezwungen habe. Unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs behaupteten die Philosophen, dass diese Unterwerfung schließlich in Barbarei, in der Herrschaft der unbändigen Natur, gipfelle. Herbert Marcuse kritisiert in »Trieb, Struktur und Gesellschaft« die moderne Industriegesellschaft. Unter der Herrschaft von Rationalität, Technik und Bürokratie bringe sie nur noch Menschen hervor, die nach oberflächlichem Glück strebten. Die wirkliche Freiheit gehe dabei verloren. Als wichtigster Erbe der kritischen Theorie gilt Jürgen Habermas. Er fordert, dass jede Theorie über ihre normativen Gehalte Rechenschaft ablegen muss. Die Wissenschaften dürfen nicht einfach so vor sich hin forschen, sondern müssen auch ihre Aufgaben in der Gesellschaft und ihr soziales Selbstverständnis klären. Denn nach Habermas ist jedes Erkennen von einem bestimmten Interesse geleitet, welches in einer Demokratie möglichst transparent zu sein hat. Die gesellschaftliche Diskussion um Kritik und Verständigung beruht dabei auf der Sprachkompetenz des Menschen. In seiner »Theorie des kommunikativen Handelns« forscht Habermas nach den universellen Bedingungen des Verstehens in und durch die Sprache. Das Gespräch wird dabei als Handlung betrachtet. Wenn wir einen Sprechakt vollziehen, erheben wir bestimmte Geltungsansprüche wie Wahrheit oder Richtigkeit, die der Hörer bestätigen muss. Habermas fragt nun, welche Regeln eine ideale Verständigung ermöglichen. Besonders intensiv befasste sich auch der Wiener Philosoph Ludwig Wittgenstein mit der Sprache. In seinem »Traktatus Logico Philosophicus« stellte er folgende Thesen zur Logik der Sprache auf. Unter »Welt« versteht man alles, was eine Tatsache darstellt. Das logische Bild, dass man sich von diesen Tatsachen macht, ist der Gedanke, und dieser Gedanke ist ein sinnvoller Satz. Das bedeutet, dass sich unsere gesamte Welt durch die Sprache erschließt. Ein neues Selbstverständnis der Philosophie ist geboren. »Alle Philosophie ist Sprachkritik«, sagt Wittgenstein. Die Philosophie als Lehre vom Sein, denn kann es nicht mehr geben, weil die Analyse der Sprache den Weltbezug schon ganz beinhaltet. Mit seinem Werk glaubte Wittgenstein zunächst, alle Probleme gelöst zu haben. Später widerlegte er jedoch seine eigenen Thesen mit den »philosophischen Untersuchungen«. Ging er vorher davon aus, dass Wörter und Sätze unbedingt einen klaren Sinn ergeben müssen, war er später der Meinung, dass man, um die Bedeutung eines Wortes erfassen zu können, immer auch wissen muss, wie es gebraucht wird. So verwenden wir ein und dasselbe Wort in verschiedenen Situationen auf unterschiedliche Weise. Die verschiedenen Gebrauchsweisen von Wörtern und Sätzen, die Wittgenstein untersuchte, nannte er »Sprachspiele«. Sein Ziel war es, das menschliche Denken von den ständigen Irreführungen der Sprache zu befreien. Die logischen Untersuchungen von Wittgensteins »Frühwerk« wurden für den Wiener Kreis bedeutsam. Seine Mitglieder empfanden eine tiefe Unzufriedenheit mit der traditionellen Philosophie. Denn wenn die Philosophie nicht in der Lage war, echte Erkenntnis zu erlangen und mehr Fragen als Lösungen hervorbrachte, lag das am falschen Denkansatz. Sie müsse vielmehr Aussagen über die reale Welt machen und sich hierzu der Wissenschaft bedienen. Bemerkenswertes Die Frankfurter Schule 1923 wurde in Frankfurt am Main das »Institut für Sozialforschung« gegründet. Hier entstand die sogenannte »kritische Theorie« mit dem Anspruch, eine möglichst umfassende Gesellschaftsanalyse aus soziologischer, philosophischer und psychologischer Perspektive zu entwerfen. Gegenstand der Analyse war die ökonomische Basis der Gesellschaft, die psychische Entwicklung des Individuums und der kulturelle Bereich. Neben den Hauptvertretern jener Zeit, dem Professor für Sozialphilosophie Max Horkheimer und seinem Freund Theodor W. Adorno, zählten auch der Psychologe Erich Fromm, der Kulturtheoretiker Walter Benjamin und Herbert Marcuse dazu. Wegen der Machtübernahme der Nationalsozialisten musste das Institut ins Ausland verlegt werden, erst nach Genf, dann nach New York und Los Angeles. Dadurch wurde die Frankfurter Schule auch international bekannt. Mythologie Nordische Mythologie Die nordische Mythologie ist die Religion der Germanen, die zur Zeit der Völkerwanderung vom Norden her Europa überfluteten und als seefahrende Wikinger sogar Island und Nordamerika erreichten. Die nordischen Mythen finden ihren Niederschlag in den Aufzeichnungen der Edda, einer altisländischen Liedersammlung, die zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert zusammengetragen und aufgezeichnet wurde. Es gibt eine ältere Edda, die aus Götter- und Heldenliedern besteht, und eine jüngere Edda, die in Prosa verfasst ist und die nordischen Mythen erläutert. Die Edda gilt heute für Forscher als wichtige Quelle der nordischen Mythen. Geprägt ist die nordische Mythologie vor allem durch das raue und lebensfeindliche Klima, dem die Menschen ausgesetzt waren. So sind auch die beschriebenen Götter hart und unduldsam. Gewalt, Brutalität und Tod stehen auf der Tagesordnung. Wie ein roter Faden zieht sich der Glaube an die Unausweichlichkeit des Schicksals durch die Geschehnisse. Und genauso wenig, wie sich in der Mythologie des Nordens strahlende Helden finden lassen, gibt es so etwas wie eine Vergebung von Schuld. Stattdessen zieht Schuld hier immer nur neue Schuld nach sich. Vergebung wird nicht als eine Tugend angesehen, sondern vielmehr als Schwäche. Dennoch handeln die Helden stets edel, denn sie wollen sich ihren Platz im Götterhimmel sichern, der Valhalla. Auch die Entstehungsgeschichte der Welt ist nach der nordischen Mythologie auf Kampf und Tod zurückzuführen. So gab es ihr zufolge vor der Schöpfung drei Welten. Niffelheim, die kalte Welt aus Eis, Muspelheim, die heiße Welt aus Glut und Feuer, sowie Genunga-Gab, das Nichts, das zwischen den beiden anderen Welten lag. Aus dem Zusammentreffen von Eis und Feuer entstand schließlich das erste Lebewesen, der Frostriese Ymir. Dieser ließ aus seinem Schweiß noch einen Mann und eine Frau entstehen. Darüber hinaus zeugte ein Fuß mit dem anderen einen Sohn. Nahrung erhielt er von der Kuh Audumla, die aus dem Eis einen weiteren Mann herausleckte, nämlich Buri. Der wiederum zeugte mit einer Riesin einen Sohn, der Bör hieß und selbst Vater dreier Söhne wurde, Odin, Willi und Weh. Diese drei waren die ersten Asen, also den nordischen Götter. Sie erschlugen schließlich den Riesen Ymir. Aus den Überresten seines Körpers bildeten sie die Welt, aus seinem Blut wurde das Weltmeer und aus der großen Hirnschale der Himmel. Aus zwei Bäumen wurden die ersten beiden Menschen erschaffen, die Frau Embla sowie der Mann Ask. Ihr Zuhause wurde Midgard, während die Asen in der Burg Asgard wohnten und von dort die Geschicke der Menschen aktiv beeinflussten. Dort lebten auch die Vanen, die Götter, die die Fruchtbarkeit beherrschten, wie zum Beispiel Freier. Der Ase Odin war der oberste aller Götter. Er wird in der nordischen Mythologie auch als Allvater bezeichnet, denn er zeugte nicht nur das Geschlecht der Asen, sondern schuf auch die Menschen. Odin wird auch Wodan oder Wotan genannt. Er ist laut Sage mit der Liebesgöttin Frigg verheiratet, hat aber nebenher noch viele andere Frauen, mit denen er zahlreiche Nachkommen zeugt, beispielsweise die Söhne Thor und Baldur. Odin reitet auf seinem Hengst Sleipnir durch die Welt und stiftet Kriege an. Dabei beobachtet er alles durch die Augen seiner beiden Raben, Hugin steht für Gedanke und Munin für Erinnerung. Außerdem schickt er seine Walküren zu den Schlachtfeldern, den Wallstätten aus, um die gefallenen Helden zu bergen und nach Valhalla zu bringen. Hier sollen sie sich mit ihm auf die letzte große Schlacht vorbereiten. Im Zuge der Christianisierung wurde die nordische Mythologie immer mehr zurückgedrängt. Da Island relativ spät zum Christentum bekehrt wurde, konnte sie sich dort jedoch bis ins 12. Jahrhundert halten. Relikte davon finden sich auch im wohl bedeutendsten mittelalterlichen deutschen Heldenepos, dem Nibelungenlied. Es wurde um das Jahr 1200 abgefasst und erzählt die Sage von Siegfried und dem Untergang der Burgunden. Hier finden sich amazonenhafte Frauen mit Walkürenvergangenheit wie Brunhild sowie ein durchgängiger Rachegedanke, der auf archaische Motive zurückgeht. Bemerkenswertes Mündliche Überlieferung Die Sagen der nordischen Mythologie sind ebenso wie viele andere in Versform verfasst. Dies kommt unter anderem daher, dass diese Geschichten vor Erfindung des Buchdrucks nur mündlich an die nächste Generation überliefert werden konnten. Die Verse, die sich reimten, ließen sich dabei am einfachsten merken. Nach Erfindung des Buchdrucks löste die Prosa das gereimte Versmaß für längere Erzählungen ab. Griechische und römische Mythologie Die griechische Mythologie geht davon aus, dass vor der Entstehung der Welt überall das Chaos beziehungsweise das Nichts herrschte. Alles bestand aus finsterem Nebel, der jedoch schon die Grundelemente enthielt, die später die Welt ausmachen sollten. Erde, Wasser, Feuer und Luft. Aus diesem Chaos behoben sich schließlich die Finsternis, Erebos, und die Nacht, Nyx. Beide vereinigten sich und gebaren den Äther, Eiter, und den Tag, Hämerer. Die erste unter allen Göttern war für die Griechen die Erdenmutter Gaia. Sie gebar aus sich selbst heraus ihre drei ersten Kinder. Uranos, den Himmel, Pontos, das Meer, und Tartaros, die Unterwelt. Mit Uranos brachte Gaia dann weitere Nachkommen hervor. Zuerst Okeanos und Thetis, dann viele weitere Kinder. Sie nennt man die Titanen, da sie mit gewaltigen Kräften ausgestattet waren. Auch sie vermehrten sich. Beispielsweise gebar Taya von Hyperion die Sonne, Helios, den Mond, Selene und die Morgenröte, Eos. Schließlich bevölkerte ein ganzes Göttergeschlecht in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen die Welt. Titanen, einäugige Zyklopen und hundertärmige Riesen. Unter all diesen Wesen war Uranos ein herrschsüchtiger Gott, der darauf achtete, dass ihm keiner seine Macht streitig machte. Selbst seine Söhne stellten für ihn eine Gefahr dar, und so sperrte er sie gegen den Willen Gaias im Erdinneren ein. Gaia formte deshalb aus dem Erz der Erde eine Sichel, gab sie ihrem Sohn Kronos und brachte ihn dazu, gegen seinen Vater zu kämpfen. Im Verlauf dieses Kampfes wurde Uranos entmannt. Kronos warf das Geschlecht ins Meer und Aphrodite, die Göttin der Liebe, wurde daraus geboren. Aus dem Blut des Uranos, das auf Gaia niederströmte, entsprangen die Rachegöttinnen, die Irinien und die mächtigen Giganten. Kronos trat an die Stelle des Uranos, vermählte sich mit seiner Schwester Raya und zeugte die fünf Kinder Hestia, Demeter, Hera, Hades und Poseidon. Aber auch Kronos war um seine Macht besorgt und verschlang seine Kinder. Deshalb ging Raya heimlich nach Kreta und gebar dort ihr sechstes Kind, den Zeus. Sie verbarg ihn in einer Grotte. Als Zeus zum Jüngling herangewachsen war, besiegte er seinen Vater Kronos in einem harten Kampf. Er zwang ihn, die Geschwister wieder auszuspeien. Er löste auch die Fesseln der Geschwister seines Vaters. Als Dank schenkten sie ihm Donner und Blitz. Nachdem er auch noch die Herrschaft der Titanen und Giganten besiegt hatte, wurde er schließlich zum Höchsten der Götter, zum Herr über die Sterblichen und Unsterblichen. Zeus war Herrscher über den Himmel, während Poseidon das Meer und Hades die Unterwelt beherrschten. Erde und Olymp gehörten ihnen gemeinsam. Zeus wurde in ganz Griechenland verehrt. Er galt als Vater der Götter und Menschen, obwohl er weder der Schöpfer der Welt noch der Menschen war. Zeus wurde als Gewissensgott gesehen, als höchster Beschützer des Rechts sowie des Hauses und der Gastfreundschaft. Die zahlreichen Göttergeschichten der Griechen wurden später von den Römern übernommen, da die Griechen in der Antike die geistige Führungsmacht im Mittelmeerraum darstellten. Im Gegensatz zu den Griechen verstanden die Römer jedoch den Mythos als Geschichte, also als pragmatische Realität und nicht als Metaphysik. Die römischen Sagen legten demnach Wert darauf, die Frühgeschichte des römischen Volkes darzustellen. So erzählt eine römische Legende von König Numitor, der von seinem Bruder Amulius abgesetzt wurde. Doch die Tochter des vertriebenen Königs wurde vom Kriegsgott Mars schwanger und gebar die Zwillinge Romulus und Remus. Die Säuglinge wurden von Amulius ausgesetzt. Eine Wölfin fand die hilflosen Kinder und säugte sie. Als sie erwachsen waren, brachten sie Amulius um und gaben Numitor den Thron zurück. Sie selbst gründeten am Ort ihrer Kindheit die Stadt Rom. Eine andere Sage schreibt die Gründung Roms den Nachfahren des Änäers zu. Zwar übernahmen die Römer die Götter der Griechen im Großen und Ganzen, doch sie gaben ihnen andere Namen. Der Göttervater Zeus beispielsweise hieß bei den Römern Jupiter, der Kriegsgott Ares wurde zu Mars, Kronos hieß in Rom Saturnus und der Meeresgott Poseidon wurde zu Neptun. Bemerkenswertes Wunderliche Wesen Die griechische Mythologie kennt unzählige sagenhafte Gestalten und Ungeheuer. So stützt einer Sage nach der Riese Atlas den Himmel. Zentauren sind Geschöpfe mit einem Pferdekörper und einem menschlichen Kopf. Gorgonen wie die Medusa sind böse Schwestern mit Flügeln, Klauen und Schlangen als Haar. Ihr Blick lässt den Gegner zu Stein erstarren. Der heldenhafte Herakles, der Inbegriff unbesiegbare Körperkraft, ist der einzige unsterbliche Mensch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Inbegriff unbesiegbare Körperkraft, ist der einzige, inbegriff, ist der einzige Einwander-Aberat. Bei uns sind die Schmerz, die inbegriffen integriert. Es ist das eine große Klauenung. Aufmerksamkeit ist die ZDF für funk,